Willkommen zum nächsten Turm, zum nächsten Video. Es geht um den Turm hier ganz oben. Um den freizuschalten. Ich habe schon fast die ganze Karte. Falls jemand noch Schreine sucht. Ich habe schon sehr viele gemacht. Also was heißt sehr viele? Ein paar. Es kommen noch einige. Jeder Schrein bekommt sein eigenes Video. Auf jeden Fall geht es hier um den Turm. Der hier oben ist. Ich habe mit dem Kerl hier drin schon geredet. Der Turm funktioniert halt nicht. Und ja. Man muss halt den Fehler finden. Jetzt schweben hier diese Dinger rum. Und wenn man da dran kommt. Mehr noch nicht. Aber jetzt. Ah da sind sogar so Raketen drauf. Das ist ja praktisch. Weil ich nehme an. Man muss auf die Spitze. So dann. Ja komm. Ein Stück weiter weg. So glaube ich. Warte. Das sieht doch. Sieht gut aus. Das ist die Frage. Kann man die festmachen? Und wie weit fliegt man damit? Ich hätte noch eine andere Idee gehabt. Aber dann versuche ich natürlich erst die hier. Ich platziere die nochmal ein bisschen besser. So. Komm. Geh ab. Bisschen mittiger. Mal gucken was. Was passiert. Wie hoch ich komme. Ach komm. Ich komme gleich bis ganz nach oben. Wie hoch. Das war der höchste Punkt jetzt. Was. Ich bin viel zu hoch. Oh oh. Ich dachte jetzt nicht, dass ich so hoch fliege. Ich bin viel zu hoch. Ein bisschen weiter. Ja. jetzt die haben alle Raketen es geht um den den muss man wegbekommen ich fliege mit den Raketen ja viel zu hoch bin ich zu weit weg aber ich kann doch hier hochklettern ich hätte den jetzt eigentlich immer wieder versetzt hochgebaut und wäre hochgeklettert es hätte zwar lange gedauert aber er hätte halt auch funktioniert weil da ich so hoch komme jetzt nehme ich den einfach und schiebe ihn weg und das war es und das war es dann so hoffe ich mal ja was ne Überraschung genau jetzt funktioniert er ganz normal ich hätte nicht gedacht dass ich mit zwei Raketen so hoch fliegen kann mit den Dingern nicht schlecht gut zu wissen nein nicht schlecht das war es ich 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 sie ich 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 Dann ist es noch ein Turm. Dann habe ich endlich die ganze Karte. Die haben auch den Krogwald. Das war es dann auch mit dem Turm. Könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Oder einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.